Liebe Freundinnen und Freunde, ist es nicht schlimm, dass es so einen Antrag nötig hat? Aber er ist nötig. Wir müssen uns solidarisieren. Und ich bin froh, dass er so breit hier unterstützt wird. Und ich bin einer, der in der Begründung genannt wurde, aber nur stellvertretend für viele. Es gibt noch viele andere Opfer rechtsextremer Hetze. Im Antrag sind nur grüne Mitglieder genannt, aber ich nenne jetzt einfach mal beispielsweise das SPD-Mitglied Pia Findeis, Oberbürgermeisterin von Zwickau, oder das CDU-Mitglied Rainer Eichhorn, Ex-Oberbürgermeister von Zwickau und sehr aktiv im Bündnis für Demokratie und Toleranz. Egal welches Parteibuch diejenigen haben, die angegriffen werden, Ihnen allen gilt unsere Unterstützung. Ja, vielen Dank. Das sage ich als einer, der schon ein bisschen abgebrüht ist. Aber es gibt Menschen, die noch nicht so ein dickes Fell bekommen haben, wie ich vielleicht. Die müssen wir besonders unterstützen. Da müssen wir alle Möglichkeiten nutzen. Persönliche Gespräche, aber auch das Mandat, das der eine oder andere hat. Das dazu auch dient, öffentlich Stellung zu nehmen. Und das sage ich den Mandatsträgerinnen in Städten und Landkreisen. Ich möchte jetzt keinen Änderungsantrag stellen, denn zur Begründung kann man einiges sagen. Das ergänzen, was ich eben gesagt habe, dass wir ohne Ansehen der Person die Opfer unterstützen. Und das vor allem auch öffentlich. Ich danke euch. Applaus